Warum kann ich nicht mehr lernen, warum nicht? Warum hab ich von euch die Schnauze voll, warum nicht? Warum bin ich wie ich bin und ihr nicht? Warum ist mir scheißegal, wer du bist, warum nicht? Warum rapp ich über Gras, Koks und Trips, warum nicht? Warum hab ich die Hand ständig am Schwanz, warum nicht? Warum kenn ich keine Angst von Kittchen, warum nicht? Und woher weiß ich, wie es läuft und wo man es kriegt, warum nicht? Warum muss ich an der Ecke stehen und dealen, warum nicht? Und warum ist das Zeug immer gestreckt, warum nicht? Warum kenn ich ein paar Jungs, die kennen ein paar Jungs, die regeln das für mich? Und warum hab ich Eier und du nicht? Warum mach ich, was ich will, wie es mir passt, warum nicht? Und warum ist mir alles nicht genug, warum nicht? Warum mach ich so oft Gangster, Gangster? Warum nicht? Und warum lebe ich jeden Tag, als wär's mein letzter, warum nicht? Ihr könnt nicht verstehen, wie ich bin, könnt ihr nicht? Und ich hab keinen Bock, mich zu erklären, geh verpiss dich Ich hab verpiss dich Ich hab verpickt meinen Kopf mit dem Bequatsch und es bringt nichts, wenn ihr bleibt wie ihr seid und ich wie ich bin Warum schlaf ich bis mittags aus und mach blau, warum nicht? Warum sag ich dem Lehrer, halt dein Maul, warum nicht? Warum sag ich meinem Chef, deine Mutter, warum nicht? Warum wollt ihr mich zensieren, warum? Warum setzt sie der Hörner auf und bügt, warum nicht? Warum schlag ich sie da für grün und blau, warum nicht? Warum fliegen wir aus allen Clubs der Stadt, warum nicht? Warum werden wir uns trotzdem niemals ändern, darum nicht? Warum spielst du in der Schule, Klassenclown, warum nicht? Warum gehst du die neuen Adidas-Clown, warum nicht? Warum endet bei uns alles mit der Faust im Gesicht? Und warum sind wir so stur, warum so stur, warum nicht? Und haben wir schneller als erlaubt, warum nicht? Und warum zeig ich wohl den Mittelfinger, warum nicht? Hast du irgendein Problem, mach Anzeige, warum nicht? Und warum ist deutscher Hip-Hop nur ein Flötus, den ich abtreibe? Ihr könnt nicht verstehen, wie ich bin, könnt ihr nicht? Und ich hab keinen Bock, mich zu erklären, geh verpiss dich Ihr habt verfickt meinen Kopf mit dem Bequatsch, über richtig und falsch, Mann Du hast mir nichts zu sagen, also fick dich Ihr könnt nicht verstehen, wie ich bin, könnt ihr nicht? Und ich hab keinen Bock, mich zu erklären, geh verpiss dich Ihr habt verfickt meinen Kopf mit dem Bequatsch und es bringt nichts Wenn ihr bleibt, wie ihr seid und ich, wie ich bin Warum kannst du nicht still sitzen? Warum kannst du nicht deine Hausaufgaben machen? Warum kannst du nicht, warum fickst du mich nicht mehr? Aber, 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 ja, ihr habt keinen Plan, wie ich bin Bin ich nicht deutscher, aber zack für die WM schwarz-rot-gold Sag mir, warum bin ich stolz auf mein Volk? Warum nicht? Warum ist alter immer noch das letzte Wort in jedem Satz? Warum nicht, alter? Warum fragt ihr warum, aber kommt nicht weiter? Warum Kopftuch und Halal, warum nicht? Warum in die Schule gehen und fleißig lernen, warum nicht? Was ist so schwer, dass ihr uns und wir euch respektieren? Gib mir die Hand, Bruder, denn das neue Deutschland sind wir Bis zum prix! – cima mit dem هو absolute Bezahl an Ghast hat – Goldchall Михaест Backtrac – Philosophy Untertitelung des ZDF, 2020